Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von EagleEyes. Heute möchten wir euch eine SSD aus dem Hause Adata vorstellen. Diese SSD trägt die Modellbezeichnung Ultimate SU800 und bietet euch in dieser Version 256 GB Speicherkapazität. Ein herzlicher Dank gilt ja an Adata für die freundliche Teststellung. Oben links befindet sich ein Adata Logo, rechts haben wir ein 3D NAND Logo. Die Mitte ziert ein Produktbild der SSD. Und unten finden wir die Modellbezeichnung samt die Angabe zur Speicherkapazität. Auf der Rückseite finden wir eine kurze Produktbeschreibung in mehreren Sprachen. So, let's see what's up inside. Im Lieferumfang befindet sich selbstverständlich die SSD selbst und noch folgende weitere Dinge. Eine Garantie Servicekarte und eine 9.5mm Adapterhalterung zum Einbauen der SSD. Auf der Rückseite der SSD finden wir wie üblich den SATA und den Stromanschluss. Auf den Seiten und der Unterseite finden wir Gewinde um die SSD zu befestigen. Die SU800 SSD mit ihrem 3D NAND Flash macht dem Ultimate in ihrem Namen alle Ehre und bietet eine höhere Speicherdichte, Effizienz und Zuverlässigkeit als herkömmlicher 2D NAND. Mit dem intelligenten SLC Caching und DRAM Cache Buffer kann sie die Lese-Schreibgeschwindigkeit noch weiter steigern. Die Ultimate SU800 SSD aus dem Hause Adata überzeugt uns im Test mit sehr guten Werten beim Entpacken und Kopieren von Daten. Zudem ist diese SSD besonders attraktiv aufgrund des sehr günstigen Preis pro Gigabyte. Das Modell mit 512 Gigabyte kostet rund 150 Euro. Und das Modell mit 256 Gigabyte gibt es ab 75 Euro im Handel. Wer eine preiswerte und schnelle SSD sucht, ist bei der Adata Ultimate SU800 bestens aufgehoben. An dieser Stelle möchten wir uns erneut bei Adata für die freundliche Teststellung bedanken. Wir hoffen das Video hat euch gefallen. Den Link zur Firm-Homepage und weitere Informationen zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Infobox. Bis zum nächsten Mal, euer Egleis Team. Bis zum nächsten Mal.